Hallo! Wir sind hier gerade am Strand, den sieht man hinter uns. So wirst du mir gedreht, dann sehen wir es doch nicht mehr, was jetzt kommt. Ja, cool ist es hier. Ja, wir haben gerade zwei Kanadier kennengelernt und die haben angeboten, dass wir bei denen bleiben können, weil die haben hier irgendwie ein Haus. In Chaco. Ja, sonst, was haben wir denn jetzt noch gemacht? Wir waren in Niagarafell, das war noch in Kanada. Ich glaube, das haben wir noch nicht erzählt. Weiß ich nicht, egal. Ne, glaube ich nicht. Da haben wir ja nur die Videos online gestellt. Dann sind wir hergeflogen. Hatten sehr viel Spaß mit uns in Australien dort noch. Ne, und dann sind wir hierher geflogen, waren jetzt in San Jose. Bei den Bekannten von La Viana. Und dann sind wir gestern hierher gefahren nach Manuel Antonio. Und hier ist es mega cool. Also wir sind in so einem Hostel, das ist ein bisschen weit weg vom Strand, aber wir ziehen morgen um. Genau. Und dann wollen wir leiten gehen und dann wollen wir noch zu so Inseln fahren, die hier sind. Wir wollten ja in Vancouver zum Valewatching gehen. Da hätten wir irgendwie 400 Dollar oder so gezahlt. Hier zahlt man 70. Und jetzt kommen nämlich gerade die ganzen Wale her, die von Kanada hierher gehen. Und Delphine und so. Das heißt, hier ist gerade voll die Saison dafür. Ja. Gute Kameraführung. Ja, die ist super. Wuhuu. Da sieht man, wer der Profi ist. Ja, der Profi. Ja. Nein, aber... Genau, wir wollen zu Inseln fahren. Da wurde Jurassic Park gedreht. Haben wir gerade von den Kanadiern herfahren. Genau. Und dann gehen wir morgen... Ne, übermorgen wahrscheinlich reiten. Den Nationalpark, den man da hinten so ein bisschen... Seht mal. Immer um. Wir zeigen euch jetzt eben erstmal, wo wir hier sind eigentlich. Ich führe euch mal. Ups. Hier sieht man ganz viele Steine. Und Palmen. Und hier ist das Meer. Und hier auch Bäume. Und da hinten, die Bäume, das ist der Nationalpark. Wenn man da dann über die Straße geht, wo die Häuser sind. Da hinten ist dann der Nationalpark. Genau. Und da ist die Bea. Genau, und äh... Genau, wir haben vorhin Affen gesehen. Mega cool. Mit Babyaffen. Und Babyaffen. Und den Chef haben wir auch gesehen. Der war mega fett. Nein, und ähm... Ansonsten wechseln wir morgen Poste. Und bleiben hier noch eine Woche. Haben wir heute so entschieden. Weil jetzt nämlich auch bald die Schildkröten kommen. Und hier die ganzen Eier ablegen. Und dann fahren wir eben zu diesem Chaco Beach. Und da ist eben auch am 40. so ein großes Schaf. Vielleicht kommen sie da. Genau. Genau, so ist der Plan für die nächsten Tage. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Tschüss. Servus.